So sieht die Realität aus. Eine Welt der Gleichheit, in der alle Menschen gleich behandelt werden, ist Illusion. So etwas gibt es nicht. Talent und guter Wille sind bedauerlicherweise oft nicht von Bedeutung. Eine Welt der Gleichheit wäre im besten Falle eine Welt, in der es allen einigermaßen gleich schlecht geht. Das ist die Realität, die hinter den Idealen steht, die man dir eingetrichtert hat. Das ist die Realität, die in den Idealen steht. Das ist die Realität, die in den Idealen steht. Das ist die Realität, die in den Idealen steht. Das ist die Realität, die in den Idealen steht. Das ist die Realität, die in den Idealen steht. Das ist die Realität, die in den Idealen steht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020